Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von eurer Gameplayerin und eurem Episode 1 LP. Hallo. Hi. Heute habe ich meine ersten Schritte in ein für mich brandneues Spiel gemacht mit dem Typen, der sich da hinten am Wegducken ist. Ich sehe dich trotzdem. Ich kann auch schleichen. Ich schleiche jetzt. Um dich rum. Oh, der läuft so gebückt. Ich glaube, der hat irgendwie ein schlechtes Gewissen oder so. Ich bin schon alt. Genau. Und zwar geht es, ich kann, oh, guck mal. Ich habe kein Leben mehr. Ich bin fast tot. Ich habe hier, ach so, warte mal, die Brötchen, also die Brote, die ich sehe, das ist, glaube ich, mein Hunger. Kann das sein? Ja. Ich entdecke gerade immer neusere Sachen. Neusere Sachen, genau. Also die Keulen sind Hunger und daneben ist dein Leben. Und wieso isst du jetzt einen Baumstamm? Ich esse keinen Baumstamm. Ich habe den nur in die Hand genommen. Ich wollte dich... Ich liebe einen Apfel, warte mal, so. Ach so, ich kann mich übrigens mit F5, habe ich festgestellt, selber sehen. Genau. Wenn ich mich drehe, ist das blöd. Guck mal, das bin ich. Also, ich gucke, das sind meine Beine. Ich sehe ein bisschen seltsam aus, so aus dem Nahbereich, aber... Guck mal, da. Ich habe es noch nicht so mit der Perspektive. Moment. Ich gebe... Aha, guck mal, so ist doch viel besser. Halt, stopp, bleib mal stehen. Ähm, nee. Ach so, die geht ja jetzt genau andersrum. Moment. So, das ist doch ein schönes Foto hier. Ja, wir sind jetzt... Ich stelle mal hier wieder um auf meinen schönen Apfel. Ähm, das... Der Klumpen ist übrigens mein Arm, der jetzt da unten hinkt. Ähm, der, mit dem er jetzt auch winkt. Das ist zwar nicht mein Arm, das ist sein Arm, aber... Aber er winkt. Ich bin hier... Ich habe ja, ähm, sehr wenig gespielt, beziehungsweise quasi noch gar nicht gespielt, aber mich sehr viel um die Grafik als erstes gekümmert. Ich bin hier in einem... Das kannst du jetzt wahrscheinlich besser erklären. Moment, wie hieß das Ding jetzt? Ähm... Was für ein Ding? Das musst du mir... Dieses, ähm, ähm, ja. Was du mir geschickt hattest. Hier. Ähm... Ich dachte, dir ist der Kopf abgefallen. Ich habe dir was geschickt. Was habe ich dir gekriegt? Nein, du bist auf einem Server, oder? Dieses feine irgendwas. Ähm, nee. Was? Was? Ich verlinke es auf jeden Fall noch mal unten in der Beschreibung. Oder meinst du den Shader? Meinst du jetzt deinen Shader, den du benutzt, oder? Nee, dieses Ding, damit ich überhaupt irgendwas benutzen kann hier. Ich werde mal in der Zwischenzeit noch mal so ein bisschen Wohlpacken und so. Dieses, ähm... Übrigens, wenn man die... Ach, ach, was bist du? Was bist du? Hallo? Äh, ey, warum haust du denn? Das ist doch ein Wolf. Oh, jetzt hat sie den Hund getötet. Oder Wolf. Ja, toll. Ich frage extra noch, was das war. Wenn das jetzt ein Wolf war, dann... Jetzt kommt das Huhn schon verzweifelt an. Das kommt zu mir. Ja, du haust ja alles. Was ist dieses blöde Huhn? Bleib mal stehen. Ja, das ist schnell. Nee, nee, das geht nicht so schnell. Diese blöden Bäume. Da. Hat aber kein Ei gebracht, na super. Also wir müssen mal zwischendurch unterbrechen, weil dieser Typ aus das Portal ist. Der Typ, der du, ich nicht. Aber ich habe das Hühnchen bekommen. Das heißt jetzt eine Platte? Achso, ja, das gibt es nach unten. Okay. Also ich habe festgestellt, oder besser gesagt, mir wurde gesagt, dass wenn man die linke Maustaste gedrückt hält, kann ich jetzt hier auch mal... Ja, dass man dann... Hier unten ist was zum einsammeln, das nie vergessen. Dass man dann... Kann man das Gras... Das ist ja cool. Ja, aber das Gras geht mit der Hand schneller oder mit einer Schaufel. Toll, das sagst du mir jetzt. Weißt du, wie eine Schaufel kräftet? Oh. Sand, genau so. Sand geht auch mit der Schaufel schnell, nicht mit der Axt. Ich habe keine Schaufel. Ich mache das mal eben mit der Axt. Ja, dann gehen wir zum Crafting Station und machen mal eine Schaufel. Oh Gott, jetzt muss ich auch so umständlich, ja? Also, ähm... Wo war die? Wird das jetzt schon wieder Abend, oder was hier? Also, das hier übrigens, das muss ich euch mal eben zeigen, wenn ich jetzt mal nichts in Hand habe. Das da. Ach, guck mal, da hinten ist ein Setzling. Ha! Ich habe ihn geklaut. Die wachsen einfach so, das ist ja cool. Sollen wir den hier oben hinstellen? Den kannst du da hinstellen, oder was? Ich, ja, klar. Du hast hier, äh, die Erde geklaut von dem Baum irgendwie. Ne, 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 ne. Die Erde habe ich woanders weggeholt. Bist du dir sicher? Ja, ich wollte dir eine Treppe bauen, damit du hier drankommst. Weil dann, dann ist es einfacher für dich. Ich mache jetzt mal hier eine Treppe hin, da. So. Da, da. Moment. Da ist ein... So? Da. Bleib hier, bleib hier. Los, komm. Sie tötet alle Tiere. Dabei sagt sie, sie wäre so human. Ich habe mich... Da, so ist er. Oh, hier sind lauter Äpfel. Wir brauchen ja auch Fleisch für die Nacht und so. Fleisch für die Nacht? Bleib dir hier. Du bist ja nirgends. Ha! Ich habe es geschafft. Gab aber irgendwie kein Fleisch. Ach doch, Moment, ich habe Fleisch. Ah! Ich habe automatisch Fleisch bekommen. Ich habe zwei Federn bekommen von dem Huhn. Da ist noch ein Schwein. Bleib hier! Bleib stehen! Du kannst noch so rosa sein, ich finde dich trotzdem. Wer bist du hier? Boah, ist das schwer zu schlafen, ne? Ja. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch den Sitz und die Nase zu hat und... Ah! Wenn du ein Schwert nehmen würdest, würde es einfacher gehen. Ja, ich habe aber kein Schwert. Achso, ich kann mir auch ein Holzschwert machen, oder? Natürlich. Hier. Ich brauche noch was. So eins. Jetzt bin ich mit dem Schinken dran. Warte mal eben. Ach, warte mal. Ich habe noch meine Axt, aber mein... Also mit E kommt man ins Menü. Ist das jetzt normal? Meine Spitzachst ist kaputt gegangen. Die habe ich gar nicht benutzt. Wenn du sie nicht benutzt hast, kann die normal nicht kaputt gehen. Also deine Axt, die geht kaputt. Ja, meine Axt, die hat nur noch, keine Ahnung, also nicht mehr viel. Aber meine Spitzhacke habe ich nicht benutzt. Ich hatte eine hier unten drin und die ist jetzt weg. Stattdessen ist jetzt hier dieses Rohrporkjob. Oder hast du die hier reingelegt? Also hier ist... Nee, ich habe die nicht reingelegt. Nee, ist auch keine drin. Ach, da bist du. Ist das schon wieder Sonnenuntergang? Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es zu cheaten. Man drückt T. Und tada, wir haben wieder Tag. Guck mal, du hast einen Apfel liegen lassen und einen Setzling. Ja, irgendwie muss man ja anfangen, oder? Ich stehe hier mal drauf. Wenn du zu weit gehst. Da stehe ich voll drauf, auf dieses Teil hier. Kann ich das nicht einfacher machen? Ah, ah. Wenn ich rechts einfach klicke, dann kriege ich... Ganz viele... Ja, das ist ja cool. 64 ist aber irgendwie maximal, ne? Das ist das Maximum. Dann musst du wieder einen neuen Platz benutzen dafür, ne? Okay. Dann steckt er das. So, Apfel und so weiter will ich nicht. Aber das muss ich sowieso gleich... Was habe ich denn hier? Seeds, was ist das denn? Samen. Da kannst du für Brot backen hinterher. Also, ähm... Hier einen Weizen anpflanzen. Willst du das mal machen? Ne, ich wollte jetzt eigentlich... Achso, da sind die... Aber die Stäbe? Ja, genau. Meine Stäbe sind jetzt auch weg. Was ist das denn? Hä, was machst du denn da? Ich habe eben Stäbe gehabt und die sind jetzt irgendwie weg. Jetzt habe ich wieder Stäbe. Ähm, was wollte ich jetzt gerade? Eine Schaufel wollte ich machen, ne? Ja, ich könnte ja auch... Also, weißt du, wie die geht? Ja. Moment, ich habe es mir irgendwo aufgemalt. Ähm... Zwei Sticks und einen oben. Achso, nee, brauche ich da nicht Stein oben drauf? Nein. Nee, cool. Ach, Quatsch. Nein, Kohle ist für eine Fackel. Doch, ich habe da Bruchsteine, habe ich mir da aufgeschrieben. Oben Bruchsteine und unten die Stäbe. Ja, aber das Gleiche geht auch mit einem Holzbalken oben und zwei Stäben unter. Du kannst... Achso, das sind ja gar keine Stäbe. Ich bin ja auch doof. Wir haben ja noch keine Bruchsteine. Wir haben ja noch nichts geholt. So, ach, guck mal, ich habe eine Schaufel. Tun wir die direkt mal da rein. Und zwei im Petto. So, sieben im Sinn und... Ähm... Eine Axt könnte ich nochmal eine neue gebrauchen. Die war... Ich kann mir das sowieso nicht merken, deswegen muss ich mir das alles aufschreiben. Also, das war jetzt hier über die Hälfte. Zack. Mache ich mir noch eine neue. So. Und schmeiß das wieder hier unten rein. Sortier das noch was. Und der Tag ist gleich wieder rum. So. Das hier ist eine Truhe. Also, das ist erstmal die Crafting-Station. Das da unten ist der ganz klein geschriebenen Name von Episode 1 LP, der jetzt irgendwie abgehauen ist. Ne, ich bin jetzt gerade im... Ich buddel gerade etwas runter. Jetzt habe ich gedacht, da springt mich was an. Vor allen Dingen so ein... Äh, gerade. Ist das die Truhe? Die Truhe... Also ich... Achso, wie ist das eigentlich, wenn man so eine Lagertruhe hat und man stellt woanders in in seinem Haus auch eine Lagertruhe auf. Da wird das aber pro Truhe wahrscheinlich nur gemacht, oder? Genau da, ja genau. Diese Truhen, die du meinst, wenn die verbunden wären, das gibt es auch. Bei T-Such. Ja, da auch, aber hier auch, wenn du ein Mod-Pack spielst. Das gibt es Mod-Packs, da gibt es andere Truhen. Die können... Da kannst du hier was rein tun und bei der anderen Tour, die zweite dazu, hat dann auch den Inhalt. Das ist ja cool. So was will ich auch. Sag mir, wie es geht. Los. Ja, das geht ja hier nicht drin. Dafür musst du ja erstmal einen anderen Mod spielen. Ach, ich bin Level 1, ne? Wieso bin ich denn jetzt... Hör mal, ich hab mal halbes Leben weg und zwar... Achso, Hunger. Ja gut, Hunger kann ich nachvollziehen. Haben wir irgendwas... Komm, ich schenk dir mal was. Hier. Ein Würfel, ein Cubic. Nein, stell den mal hin. Ey, was ist da weg? Hab ich den schon? Nein, stell den mal neben die Kiste. Man kann ja mit dem Mausrädchen, kann man hier drehen. Genau. Und das aussuchen. Und das stelle ich hier jetzt, meinst du? Ja. Wo ist das denn los? Das ist ein Ofen. Ich dachte, das wäre ein Cubic. In dem Ofen kannst du dein... In dem Ofen kannst du dein Fleisch braten. Das hab ich gar kein Fleisch. Ja, aber in dem... Das musst du oben hin tun und unten musst du natürlich normal Kohle reinmachen. Du hast aber keine Kohle. Das verdirbt aber nicht, oder? Nee, nee. Du hast aber keine Kohle. Es funktioniert aber auch was anderes. Du kannst Rohholz nehmen. Also keine Planken. Ah ja. Ja, toll. Nee, das sind jetzt die Planken. Ja, die gehen anscheinend jetzt auch. Höh, höh. Was? Ja, ich war gerade... Oh nein, das Gras brennt. Nein. Hilfe, Hilfe. Oh, siehst du mal, ein Steak ist schon fertig. Das kannst du schon... Oh, aber du hast nicht genug. Guckt Porkchop. Ich tue mal was rein noch. Du musst ein paar mehr reintun. Geiler Grafikfehler. Ich stehe gerade in diesem Menü drin und da kommt jetzt gerade irgendwie Feuer raus. Unten. Nee, unten kommt Feuer aus dem Ofen. Das ist aber von vorne. Das zweite ist jetzt auch fertig. Also wir haben schon mal ein bisschen gebratenes Fleisch. Das ist schön. Ich kann noch einen Huhn reintun. Ich mach noch einen Huhn rein. Bleibst du mal stehen? Du sollst da keinen Huhn reinstopfen, du sollst da nur das Fleisch reinmachen. Also hier, ich hab was für Lena. Hier, für Lena. Guck mal, nimm das mal. Das kannst du Lena morgen schenken. Hühner. Nee. Guck mal, dein Menü jetzt, was du da hast. Was ich mit E öffnen kann. Korrekt. Rottenfleisch. Ja, das ist von Zombies. Wenn du Zombies umbringst, dann droppen die das halt. Das heißt, man aber nur zur Not essen. Also das kann man auch essen, um sein Leben aufzufüllen. Hast du jetzt einen Balken von deinen Keulen schon weniger? Also von diesen Essenskeulen? Ist da irgendwas runtergegangen bei dir? Was für Keulen? Also meine Brote sind wie gesagt zwei weg und ein halbes Leben. Warum auch immer. Weil ich mir niemanden wirklich gekämpft hab, nur hinterher ein Klaufen. Ja, dann mach mal, dann mach, dann ess mal die Keule da. Die du in der Hand hast. Muss ich dann irgendwie mich übergeben oder so? Nein, nein, dann ist dein Leben wieder auf. Dann ist dein Essen wieder gestillt und du nimmst dein Herz. Mein Essen ist dann gestillt, okay. Dein Essen, dein Hunger. Also die würde ich nicht nehmen, die du jetzt in der Hand hast. Ich denke, die soll ich nehmen. Ja, das sind ja die Verdorbenen. Ja, du hast doch gerade gesagt, die soll ich nehmen. Nein, die Verdorbene nicht. Ich tu das mal hier wieder rein. Mit der rechten Maustaste kannst du das essen. Also die Porkchop, die gekochten. Genau. Ich esse den Apfel, guck mal. Guck mir mal zu. Ja, Moment. Wieso geht der an deinem Unterteil kaputt? Weiß ich nicht. Mach mal rechte Maustaste jetzt und dann ess mal das Fleisch. Nee, das ist Rohfleisch. Das möchte ich nicht essen. Moment, da muss ich mich erst mal hier drehen, damit ich auch was sehe. Nee, rechte Maustaste geht aber nicht. Achso, bei mir muss ich die rechte Maustaste festhalten. Festhalten, ne? Achso. Das reicht. Reicht? Bist du voll? Machen wir doch direkt mal ein Screenshot von. So, ähm. Ih, das ist irgendwie eklig. Also fangen wir da mal wieder rein. Das ist irgendwie eklig. So, das ganze Fleisch machen wir nach oben. Und da ist ein Hühnchen drin. Was machen wir jetzt damit? Das nehm ich mal raus. Hast du da jetzt irgendwie Kohle reingelegt, oder? Nee, ich hab noch Holz reingetan, damit das noch weiter brennen konnte. Weil Kohle haben wir ja noch nicht. Ich suche gerade Kohle. Aber ich finde keine. Und dafür habe ich Kies gefunden. Toll. Und hier tut sich nichts mehr, weil wir hier kein Dings mehr drin haben. Mann, Mann, Mann. Weißt du, ich will hier fünf Sachen braten. Und was ist? Ne, sechs Sachen braten. Oh, da geht schon wieder. Mach's schon wieder. Mach's schon wieder. Ich bin nur am Cheaten. Was? Wie? Was meinst du? Nur am Cheaten. Liest du das auch? Set the time to thousand? Ja, das steht im Chat drin. Mist. Mist. Sorry, braten sie noch die letzten drei Teile. Was haben wir denn hier? Cookt Matten. Äh. Ja, was auch immer das sein soll. Das Hühnchen erkennt man wenigstens. Ja gut, da steht auch Cookt Chicken drauf. Was ist das? Raw Beef. Kochte, kochte. Achso, Rohbeef. Ja, Steak. Das ist dann die Kuh, ne? Ja. Ich muss gestehen, ich habe da nicht so viel Ahnung mehr von, seitdem ich kein Fleisch mehr esse. Ähm. Ja, von der Kuh, genau. Aber sie bringt da Tiere um. Ja, die sind ja auch total verpixelt. Die kann man nicht hier... Ach, ich dachte gerade, du bist am Angeln, oder so? Ne, ne, das kann man aber auch. Uh, Hilfe. Ich wollte hier die Sachen einpflanzen. Den Apfel kannst du nicht einpflanzen, der ist nur so zur Tiere, zum Essen, meine ich. Die kannst du essen, ja. Und hier, siehst du, ich habe... Achso, das ist ein schweiziger Schal. Hier, schau dir das Teil mal an, hier. Wo bist du denn? Gib dir das mal. Hier, da liegt es. Oh, ne, das ist meine Schaufel. Ja, die nämlich... Ah, scheiße. Nein, ich wollte was anderes nehmen. Hier, das soll ich dir geben. Hier, da. Hinter dir. Da ist es hingefallen. Au, jetzt kann ich es wieder nicht mehr. Mach das mal auf den Boden. Weil das ist die... Das ist eine Hacke. Also, um diesen... Wooden hoe. Ich habe Boden eggs. Hier, guck mal. Und dann machst du den Boden so. Ach, eine Hacke, meinst du? Ja, eine Hacke. Scheiße, jetzt habe ich die rausgetan. Moment, oder? Jetzt ist sie wieder drin. Möchte ich das verstehen? Nö. Aber egal. Ähm. Da bist du. Ja, und siehst du, hier habe ich den Boden so... Das grüne weg... Das war es, glaube ich, nicht. Ach, die rechte Maustaste. Ja, genau. Und, ähm... Können wir wieder hin machen. Hol das mal raus. Da kann ich nicht drüber machen. Und da kann man dann halt was pflanzen, ne? Wie du aber siehst, siehst du die unterschiedlichen Flecken? Das braucht halt Wasser. Also, deshalb habe ich die jetzt so nah am Wasser gemacht. Ähm, normal musst du sonst immer alle paar Blöcke, musst du so ein Wasser... Na, Wasserloch da reinmachen, ne? Damit das auch... Huch, es fängt ja an zu regnen. Ja, klar. Cheater. Da steht alles dabei, wer das macht. Gameplayerin, das wird alles festgehalten im Loch. So, man drückt T, Schrägstrich, also Slash, Weather, und dann Clear. Die beiden Kommentare habe ich sogar auswendig gelernt. Hm. Und dann sieht es auch wieder schön aus. Nur mal weiß, ist es irgendwie nicht höher gegangen, aber... Ne, 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 das dauert. Das dauert so ein bisschen. Das kannst du auch damit nicht beeinflussen, nur im Wasser braucht es. Ja. Dann gucke ich mal, ob ich hier noch irgendein... Ach, guck mal, hier ist Stein, glaube ich. Das ist jetzt aber das Falsche. Nein, das ist Kies. Bei mir ist das Kies. Das kannst du, Kies, kannst du genauso wie Sand abbauen. Ich brauche eine Spitze, okay. Mit der Schaufel eigentlich. Du kannst es auch mit anderen abbauen, aber mit der Schaufel geht es schneller. Zack. Ich finde es jetzt aber eigentlich schnell. Also im Vergleich zu vorher, wo ich mich die ganze Zeit um und dem nicht gebudelt habe. Ja, du hast mit der Handverscheidung alles gemacht. Ja, doch, die haben mit dem Hennen jetzt klar. Hoa. Also, ich sage jetzt mal einfach, wir haben hier irgendwie nichts für die Spitzsacke, glaube ich. Doch, doch, komm mal mit. Der Sand ist aber auch für die Schaufel. Der ist auch für die Schaufel. Komm mal mit nochmal zurück zum... Wir brauchen auch ein bisschen Sand. Für? Weiß ich noch nicht, aber ich habe gehört, es ist wichtig. Ja, später, wenn man Glasscheiben machen will oder so, kann man es gebrauchen. Wieso braucht man für Glasscheiben Sand? Weil man Sand, weil aus dem Sand Quarz, aus dem Quarz wird Glas gemacht. Weißt du das nicht? Äh, äh. Ja, hier lernst du noch was in Mein Kraft. Ja, auf jeden Fall nicht mehr Englisch habe ich was gestellt. Also, hier habe ich für dich extra einen Weg reingebaut, damit du deinen Stein hier... Hallo, hier hinten. Wo ist denn hier? Wo die Werkbank ist in der Nähe. Ja, da war ich doch gerade... Nee, du bist jetzt wieder weggelaufen. Hier. Da. Guck mal da rein. In das Loch. Ich mache jetzt so. Sind da Zombies drin? Nein, aber da ist Stein, da kannst du halt... Hier raus. Geh weg da. Es ist so dunkel. Ich habe... Ja, aber wir haben keine Fackeln da. Ach, da ist Stein? Ja, klar. Das da? Ja. Oh, ja, das ist... Das Graue ist Stein. Da brauchst du deine Spitzhacke nehmen. Oh, du hast ein Archiv... Du bist in der Steinzeit. Ja, was ist das? Das habe ich beim kurz rumprobieren auch... Ah, da hinten ist was. Alles, was du machst, hat Errungenschaften, sind das halt. Also, dass du halt weiterkommst, dass du dich weiterbildest. Wenn du jetzt Eisen finden würdest und das schmelzen würdest, dann wäre es in der Eisenzeit. Aus den Steinen kann man halt dann die Steinwerkzeuge machen. Das heißt, du musst eigentlich, um weiterzukommen, immer das Bessere dann machen dann hinterher. Habe ich hier Marmor oder sowas? Kann sein, ja. Das ist so ganz hell irgendwie. Genau. Das gibt es auch. Da kann man schöne Sachen draus machen. Also, wenn du was baust, kann man die noch auch veredeln, dieses Marmor. Das ist jetzt ja rohes. Genauso wie die Steine kann man auch schön machen. Was ist eigentlich, wenn die Sachen jetzt hier runtergehen? Also, runterfliegen, so in diese Einzelteile? Und du so nicht einsammelst. Ja, und ich nicht so schnell genug einsammle. Genau. Ich sie nicht schnell genug einsammle. Verschwinden die dann? Die despawnen irgendwann, ja. Aber das dauert sehr lange. Also, sagen wir mal so. Es gibt einen Radius, wenn du dich jetzt hier weg entfernen würdest, dann würden die auch schneller despawnen. Aber wenn du vom Server runtergehst, dann gehen sie auch weg. Also, wenn du dich ausloggst halt. Ja gut, das kann ich noch nachvollziehen. Wenn du das aber in deinem Singleplayer machst und speicherst das dann an der Stelle, dann ist das Game eingefroren. Aber hier, der Server läuft ja weiter. Der läuft ja, auch die Zeit läuft weiter da drin halt. Und das ist wieder anderer Stein. Können wir ja mal ein paar Fackeln hinbauen oder sowas? Müssen wir gucken, ob ich mit dem Holz eben Holzkohle mache. Machen wir mal was. Ofen. Ach nee, dafür brauchte ich Dingsholz. Ah, da muss ich Rohholz haben. Da hinten steht irgendwie eine komische große Person. Wo? Wie bewegt? Ach, das ist ein Wolf. Das ist eine große Person. Das ist ein Wolf. Hallo? Hallo? Ja, das ist gerade so krumm. Das sah so seltsam aus. Also, hier sind die Tiere alle seltsam, ja. Bist du das jetzt, der sich hier gerade, äh, den ich gerade höre? Ja, ich wollte es. Ich wollte dir eine Fackel machen. Was ist dein Flint? Ähm, Feuerstein. Den brauchst du, um, ähm, Feuerzeug zu machen zum Beispiel. Oder... Man kann Feuerzeuge machen. Ja. Musst du einen Eisenbahn haben und... Oh my God. Ja, da kannst du das alles anzünden, ja. Kann ich alles anzünden? Das ist ja cool. Ja, zünd es an. Ja, du wolltest es ja noch nicht. Ähm. So. Es ist nur sehr unproduktiv, diese Kohle so zu machen. Schönen Bäume. Also, Diaryd ist jetzt was anderes als Gravel und Gobblestone. Und was ist jetzt was? Gobblestone ist der normale Stein halt. Damit machst du, craftest du Steinwerkzeuge zum Beispiel. Mit den anderen nicht, mit diesen anderen Sachen. Da kannst du es, glaube ich, gar nicht machen mit Diaryd. Das ist, äh, Diorit-Gestein. Okay. Ich kann es ja mal schön machen mit Diaryd, vielleicht damit, dass man siehst, wie das aussieht. Das so? Nee, das geht nicht. Das ist eine Harke. Ach, das war Kies. Und die Axt habe ich jetzt, ähm, nicht mehr drin. Wie geht jetzt nochmal? Achso, Moment. Doch, das war doch da, da und da. Ach, ich habe die Axt gefunden, ohne drauf zu gucken. Das ist geil. Cool, cool. Jetzt habe ich alles nochmal mit Stein. Hui. Das ist kompliziert, aber... Es wird. Stehst du da gerade ernsthaft mit dem Feuerzeug vor mir? Nein. Ich gebe dir mal ein paar Fackeln. Nimm dir mal in die Hand. Achso, du hast ja schon eine Helge gemacht. Achso, die habe ich. Okay, ähm... Ja, die habe ich dir gegeben. Sechs Stück, glaube ich, müsste ich haben. Dahinter liegt noch eine. Und wenn du da... Die kannst du an die Wand platzieren. Oder kannst du auch hier auf den Boden stellen. Stell sie mal auf den Boden. Wo liegt die noch eine? Echt die Maustaste immer. Hier liegt keine. Nee, du hast sie in der Hand jetzt. Du hast gesagt, hinter mir liegt noch eine. Ja, da lag eine noch an dem Ofen. Die hast du aber mitgenommen gerade. Warte mal eben. Geht jetzt die Sonne schon wieder unter? Nee, die ist hinter dem Baum da oben. Ich brauche Platz. Ich merke das schon. Jeder macht nur so einen kleinen Eingang. Aber du machst einen Riesen-Eingang, damit alle rein können. Was anderes sind Zombies. Ja, da will ich ja nicht reingehen. Da will ich ja nur hacken. So. Oh, nee. Da. So. Ha, Licht! Genau. Genau. Na, komme ich so weit, komme ich so weit, so weit komme ich nicht mehr. Oh, ich glaube deine... Das hat sich hier an, wie dein Werkzeug, was kaputt gegangen ist. Ähm, ja. Deswegen glaube ich jetzt hier auch gerade mit so einem Ding in der Hand. Und...